Heute ist der 20. Dezember. Hier ist wieder Axel's WhatsApp Adventskalender. Und schauen wir doch mal in das heutige Türchen rein. Oh, eine Playstation 4. Hier schaut ihr mit diesem Controller. Wireless natürlich, ohne Kabel. Hier futuristisches Design. Wunderschön hier sieht man es auch. Playstation 4. Das neue Modell hier mit der Memory Card drin. Ja, ein super innovatives Produkt, das man sich auch gerne zu Weihnachten wünscht.